Musik Jetzt, da Ihr Präsident tot ist, müssen die Senatoren einen neuen Anführer wählen. Die Entscheidung steht kurz bevor. Wenn der Präsident tot ist, wird er nicht der Vizepräsident sein, Nachfolger? Sei einfach still und töte die Senatoren, bevor sie das Kapitol betreten! Sie sind es! Dann extraterrestrische! Körperfresser! Außerirdische! Rennt um Euer Leben! Sie sind es! Hier ist die Händler! Mein Vater! Sie kommen! Nein! Mein Vater! Nein! Nein! Extraterrestrische! Die Party ist vorbei, Weltraum! Nein! Deine Freaker! Mein Vater! Die Pause der Senatoren ist offenbar beendet. Die Analyse zeigt, dass ihr Mittagsmahl flüssiger Natur war. Zögere nicht! Schalte sie aus! Oh oh! Au! Nein! Es tut so! St smart! Mein Volk! Das war's für heute. Oh mein Gott! Oh oh! 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 Was bist du dran, Kleiner? Pass auf! Ich habe militärische Einheiten in der Nähe entdeckt mit meinem Militär-Einheiten-Aufspur-Fahrt. Ach, glaub ich mir einfach! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Sie benutzen den Nebeneingang nirgendwo von deiner Position! Ah! 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 Oh ja! Oh! 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 Ich sehe mehr Senatoren! Und auch einige... Soldaten! Oh nein! Sie sind wieder am Haupteingang! Okay. Und was sind die guten Neustreiche? Äh, dieses Mal sind sie schwerer bewaffnet. Na, super! Oder woher? Oh. Oh! Oh. Oh! sie auf die wahl ist fast vorbei sie schicken ihre cyborgs kommt gleich der 6 millionen dollar mein pokker ich habe oh flach uh oh kleiner freak Mike! Nass! Pass auf! Oh! Oh! Ah! 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 Oh! Oh! Ausgezeichnet Birdwither berichtet, dass die Wahl ergebnislos war! Die Menschen sind ohne Anführer und werden sich uns jetzt beugen müssen! Oh! 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 Was willst du gerne verbessern, du kleines Bündel und gebremster Wut?